herzlich willkommen zu dem neunten müsste es jetzt ein neunten zwölften und wir spielen heute mal ein kleines spielchen hier und zwar ja genau wir haben den zweiten advent stimmt es ist der neunte und wir spielen heute adventures of center keine ahnung hier dürfen wir nicht draufklicken steht da extra vorhanden so und wir spielen das erste level ich weiß gar nicht was sich erwartet click on center and hold the mouse button musste maus and drop release im ausbauen ok man soll also einen fahrt malen und man soll die geschenke einsammeln und dann zu dem blue also blau markierten links gelangen wahrscheinlich so kurz wie möglich aber wo ist wo ist das blau markierte ding gamespeed machen wir mal ein bisschen höher damit wir nicht so lange warten müssen immer hier und jetzt lieber weihnachtsmann nicht so voreilig hallo und aber glaube ich hierhin zurück das ist natürlich jetzt blöd was macht denn da wenn man jetzt nicht sieht wo das blaue ende dann tatsächlich ist wenn denn bei dieser geschwindigkeit kann man dann schlecht dem weihnachtsmann packen und oh 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 ah nicht geschafft verdammte scheiße kacke wir können uns auf jeden fall eine andere taktik überlegen chill kleiner mann am besten müsste man irgendwie direkt hier hoch gehen dann hier gerade runter dann so hoch dass man das in einem wisch mitnehmen kann irgendwie nicht dass man hier noch runter gehen muss und dann wieder hoch das ist ein bisschen blöd aber wir haben es geschafft wir haben es geschafft wollte klärsche center against wo man wort der herr wir hätten rechts umgehen sollen das müssen wir noch mal tun kann man hier zum glück hat er den da berührt denn somit haben wir ich hoffe der berührte jetzt nicht na wenn er die berührt dann werde ich echt böse komm beeil dich kleiner santa los ist ein sehr schwere spiel muss man sagen krass vor allem kann man gar nicht einschätzen wo die wenn die schneemännchen näher laufen wollen jetzt aber schnell 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 lass dich nicht erwischen ja ja das sieht gut aus das sieht gut aus ja wunderschön das haben wir sogar in gold geschafft next level on some level you will control center centers twin brothers ok ach du heilige scheiße müssen wir beide kontrollieren also der holt die hälfte und du holst bitte mal die hälfte hier und jetzt bitte ein bisschen schneller dankeschön na warum tust du sowas denn du scheiß das gibt es doch gar nicht toll verkackt das müssen wir nochmal tun warum läuft er hier so dumm herum super ich will das gamespeedfeuer ein bisschen runter machen kann man sogar während man hierbei ist und dann auf direkten wege zurück und du bitte auch so genau achi so und auf speed dreimal komm bitte 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 funktioniere lass dich nicht crashen hallo das war doch klar aber wir müssen noch interagieren wir dürfen nicht alles vorausplanen boah ey das spiel ist mir echt zu zu kompliziert hier und du holst erstmal bis dahin das sollte für dich kein problem sein das zu schaffen aber du hier du bist unser kleiner k.o.t der die ganze zeit scheiße baut bitte bitte kloppe bitte bitte kloppe ja dem ist doch schön aus ach jetzt läuft er auch noch so weit raus das gibt es doch gar nicht oder das gibt es nicht ne scheiße ey so ein kack so du gehst jetzt zurück boah wie das funktioniert jetzt nicht ne boah das war schon mal knapp komm hier musst du schön ausweichen boah zum glück es sieht gut aus es sieht so aus als könnten sie es schaffen und ja wunderbar haben sie schön gemacht gold kriegen wir dafür wie jetzt das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht nein nein okay ich höre hier auf an dieser stelle bevor ich mich noch mehr aufrege und wenn ihr mehr sehen wollt dann besucht meinen Kanal bis morgen Leute bis zum nächsten Mal bis viktig bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.